Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 16.12.2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1136. Heute mit sage und schreibe zwei Themen und dann auch noch relativ kurze. Aber es ist nun mal, wie es ist, Disney Plus und Ikea Home Smart. Ich starte gleich mit Disney Plus, denn die haben es geschafft, bevor es Netflix reingebracht hat. Und oder ob es Netflix eventuell dann überhaupt bringen wird, ist die andere Frage. Was hat Disney Plus geschafft? Sie haben die SharePlay-Funktion auf dem iPhone und auf der iPad-App eingebaut. Das heisst, ab sofort kann man über FaceTime mit anderen Menschen telefonieren. Mit ihnen Disney Plus Filme und oder Serien gemeinsam anschauen. Theoretisch geht das bis zu 32 Personen nicht drin. Das Coole daran ist, alle Teilnehmer können ihre eigene Sprache und ihre eigenen Untertitel einblenden. Das heisst, wenn man alle zusammen etwas auf Englisch anschaut und der eine oder andere vielleicht englische Sprache nicht mächtig ist, dann kann er einzeln für sich selber Untertitel nutzen, sodass es die anderen nicht stört, wenn die dann Englisch können. Man kann aber auch mit jemandem aus China, jemandem aus Tokio, jemandem aus, keine Ahnung, wo verschiedene Menschen verschiedene Sprachen alles durch, wie man der Bund mixen soll. Zumindest möglich sein. So Disney Plus mit dem Update. Ja, ich muss mal schauen. Meine Mädels werden sowas sicherlich irgendwann mal nutzen. Wer sich wundert, wo das sonst noch geht, Twitch und Spotify waren die ersten, die SharePlay mit eingebaut haben. Wie gesagt, im Bereich der Videogeschichte ist Disney Plus der erste Player an der Stelle. Oder geht es bei Apple TV Plus selber schon? Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher. Müsste man mal ausprobieren. Wer hat Lust auf einen Film oder eine Serie zusammenschauen oder zumindest anzuschauen, anzufangen zu schauen, um das Ganze anzutesten? Einfach melden über die bekannten Wege. Dann gehen wir zurück zu Ikea und ihrer Home Smart App. Wer schon mal ein Ikea Smart Home Gadget in das Ökosystem von Ikea eingebunden hat, der kennt es. Es ist nicht ganz so, wie man es sich wünscht. Denn man braucht die Fernbedienung, dieses runde Knubbelteilchen, um das Teil in das Gateway einzubinden. Und da muss man auch noch nah herangehen und solche Geschichten. Das soll der Zukunft, genau das soll der Vergangenheit anzugehören. Denn mit dem neuesten Update, ich glaube, ich habe schon darüber berichtet vom Gateway, Treiber-Update, oder besser gesagt Update für das Gateway, da ist es jetzt so, man kann neue Lampen einfach auch ohne die Fernbedienung mit einbinden. Halleluja, liebes Ikea. Dankeschön und das hätten wir gerne von Anfang gehabt. Aber wir möchten nicht jammern, es ist ja jetzt da. In diesem Sinne, das war es mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Ob es am Freitag eine Episode gibt, kann ich euch noch nicht versprechen. Es ist voll, aber ich probiere es. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Ansonsten habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.